Die Sportstech VP250 Vibrationsplatte ist ein vielseitiges Fitnessgerät für zu Hause. Mit ihrem schlanken, modernen Design passt sie elegant in jedes Wohnambiente. Das große Highlight ist der Leistungsstärke-Motor mit sagenhaften 180 Geschwindigkeitsstufen. So kannst du dein Training individuell an deine Fitnessziele anpassen, ob Fettverbrennung, Muskelaufbau oder einfach nur Entspannung. Insgesamt stehen dir sieben vordefinierte Programme plus eine Yoga-Option zur Verfügung. Per Knopfdruck wechselst du zwischen den Programmen für ein abwechslungsreiches Ganzkörpertraining. Die Vibrationsplatte ist dabei super leise und standfest. Die integrierten Bluetooth-Lautsprecher erlauben es, deine Lieblingsmusik kabellos abzuspielen für zusätzliche Motivation. Im Lieferumfang sind praktisches Zubehör wie Expander-Bänder, Power-Robseile und ein Trainingsposter enthalten. So kannst du direkt voll durchstarten. Und das Beste, auf der Sportstech-Live-Plattform findest du unzählige hochwertige Workouts, Rezepte und eine motivierende Community. Dein persönlicher Fitnesscoach ist immer an deiner Seite. Zusammengefasst ist die Sportstech VP 250 die ideale Wahl für ein effektives Heimtraining auf höchstem Niveau. Mit ihren vielen Funktionen, dem tollen Zubehör und der großartigen Trainings-App wirst du deine Ziele wie Abnehmen, Muskelaufbau oder einfach ein gestärktes Wohlbefinden ganz sicher erreichen. Qualität, Design und Funktionalität überzeugen auf ganzer Linie.